herzlich willkommen bei der datenschmutz linkedin show komoderator boxack und ich beschäftigen uns in der verflixten siebten ausgabe mit dem thema vernetzen oder folgen welcher button leistet die besseren dienste am eigenen profil im artikel der woche geht es um das thema block chain beziehungsweise bitcoin eigentlich fast schon wieder ein alter hut aber dann doch eine ganz aktuelle kopfbedeckung mark zuckerberg hat sich nämlich diesen hut aufgesetzt beziehungsweise hat facebook angekündigt eine eigene crypto währung auf den markt bringen zu wollen aber damit gleich zu unserem ersten thema vernetzen oder folgen wenn sie das linkedin profil eines nutzers besuchen mit dem sie noch nicht connected sind dann finden sie dort relativ prominent den blauen button vernetzen sie klicken darauf und schicken dann wahlweise mit oder ohne nachricht eine kontaktanfrage der nutzer oder die nutzerin entscheidet ob er oder sie diese anfrage annimmt und sie sind dann in weiterer folge vernetzt oder nicht linkedin bietet ihnen aber auch die möglichkeit diesen vernetzen button in einen folgen button umzuwandeln das betrifft keineswegs nur die benennung sondern ändert die funktion wenn ihnen ein nutzer folgt wie sie das auch von facebook kennen dann abonniert er ihre status updates für seine newsfeed möchte also wissen was sie so posten doch sie sind deswegen dann nicht notwendig also sind das durch das folgen nicht connected da stellen sich natürlich zwei ganz wesentliche fragen zum einen wie stellt man das ganze um und zum zweiten warum sollte man das überhaupt umstellen wollen schauen wir uns das mal in der praxis an ich habe dafür den fritzi eiermann angelegt ein testprofil sozusagen ein weiterer mitarbeiter der linkedin show wenn der fritzi das profil eines nutzers besucht und sich mit ihm vernetzen möchte dann klickt er eben hier auf dem button vernetzen fügt eine nachricht hinzu oder eben auch nicht schickt diese kontaktanfrage ab und die wird dann angenommen oder eben nicht im zweiten fall wenn ein nutzer so wie ich hier den vernetzen button in einen folgen button umgewandelt hat dann klickt der fritzi da drauf und abonniert mich sozusagen wir sind deswegen aber nicht vernetzt der vernetzen button verschwindet nicht der verbirgt sich nur hier im mehr menü an der vierten stelle wenn sie nicht den folgen button sondern den normalen vernetzen button anzeigen dann findet man den folgen button eben genau hier an dieser stelle und wie stellt man das ganze ein sie müssen dazu in ihre profile einstellungen gehen und hier im menü datenschutz im letzten abschnitt blockieren und ausblenden gibt es den punkt follower wenn sie da draufklicken dann wählen sie aus hier wer ihnen folgen darf entweder alle linkedin nutzer oder nur ihre kontakte wenn das nur ihre kontakte sind dann macht die funktion natürlich keinen sinn wenn sie alle auf linkedin auswählen dann haben sie hier diese zusatz option folgen als primär aktion festlegen wenn sie diesen schalter auf ja stellen dann wird eben aus dem vernetzen button ein folge ein folgen button und das bringt uns zur zweiten und wesentlich relevanteren frage warum sollte man das eigentlich tun wollen nun linkedin hat diese funktion ursprünglich eingeführt für sehr populäre profile kolumnisten wie richard branson barack obama und so weiter die gesamte größe des linkedin netzwerks die maximale anzahl von kontakten ist nämlich begrenzt auf 30.000 zu erreichen die wenigsten von uns diese grenze aber es gibt noch zwei andere gute gründe zum einen hat das zwei auswirkungen wenn sie den folgen button anzeigen anstatt des normalen vernetzen buttons dann führt das nämlich dazu dass mehr nutzer ihnen folgen und ein höherer prozentsatz an nutzer ihnen folgen ist ein positives signal für den algorithmus tatsächlich wertet linkedin nämlich ein follow als stärkeres interesse signal als eine kontaktanfrage das heißt wer linkedin sehr intensiv verwendet für content marketing tut sicher nicht schlecht daran einen möglichst hohen prozentsatz an follower zu haben und der zweite punkt ist wenn sie den follow button anzeigen dann können sie sozusagen etwas aktiver auswählen wie sie ihr netzwerk aufbauen selbst anfragen verschicken sie werden weniger kontaktanfragen bekommen mehr follow anfragen aber wenn ihnen jemand folgt mit dem sie eigentlich lieber vernetzt sein möchten sie werden ja benachrichtigt drüber dann können sie der betreffenden person natürlich trotzdem jederzeit eine kontaktanfrage schicken und damit kommen wir zum artikel der woche gepostet von markus leiter es ist ein beitrag der sich mit block chain im allgemeinen beziehungsweise mit facebook's neuer libra währung im speziellen beschäftigt veröffentlicht auf leim soda von bernd pfeiffer ein sehr lesenswerter beitrag der in kürze zusammenfasst was block chain technologien leisten können was die spezifika von facebook's neuer werbung sind bei einem so komplexen thema ist in kürze natürlich relativ aber wirklich ein sehr toller artikel wenn sie sich schon immer mal einen grund überblick über das thema verschaffen wollten und auch interessant libra facebook crypto währung wird eine sogenannte stable coin sein das bedeutet der wert der währung ist an reale währungen in dem fall an den dollar kurs angebunden was größere kursschwankungen verhindern soll und es sind bereits einige große player aus der industrie aus der industrie an bord unter anderem ebay uber und so weiter wird also dem thema crypto währungen mit sicherheit noch einen großen busch geben und damit kommen wir auch schon zu den status updates der woche hier von kam bis safari ganz passend zum crypto thema ein cartoon facebook libra sozusagen als das trojanische pferd dass bitcoins in den mainstream market hineinbringt und ja man wird sehen wie sich das ganze entwickelt auch spannend lukas hoffmann hat in unserer online marketing österreich deutschland schweiz gruppe einen guide darüber gepostet wie man ein relevantes netzwerk auf linkedin etabliert mit einigen tipps unter anderem geht es da auch um den vernetzen versus follow button übrigens nebenbei falls ihr noch nicht mitglied sind wir freuen uns über neue online marketer in der gruppe online marketing österreich deutschland schweiz mittlerweile die größte und eine der aktivsten deutschsprachigen online marketing gruppen auf linkedin würde mich freuen wenn sie mit dabei sind mir heißt was da aus rumänien von der icg consultant group hat hier ein status update von jano boskela gepostet ein finnischer innovationsexperte der ganz kurz wie mir schreibt you know the finns don't talk much fünf punkte zusammenfasst warum eigentlich kein unternehmen mehr auf ein innovation accelerator programm verzichten kann alle reden von digitalisierung alle führten sich vor disruption aber mit einem solchen programm was kann das leisten renew your business save time and money change culture improve your innovation efficiency und nicht zuletzt motivate your employees ganz ganz wichtiges thema hans-peter löffler hat eine grafik von mike quindasi veröffentlicht da geht es um die geschwindigkeit der ausbreitung verschiedener technologien hier haben wir 70 prozent marktsättigung und auf dieser achse ist aufgetragen wie viele jahre die jeweilige technologie gebraucht hat um eben diese marktsättigung zu erreichen wir sehen hier das telefon also das klassische festnetz telefon hatte nach 66 jahren gerade mal um die 40 prozent verbreitung das mobiltelefon also vor das smartphone era sozusagen hat um die 24 25 24 jahre für 70 prozent gebraucht computer die zahlen beziehen sich übrigens alle auf die usa computer waren nach 36 jahren in 70 prozent aller haushalte und das smartphone brauchte nur sechs jahre knapp über sechs jahre um 70 prozent zu erreichen damit kann man also sagen smartphone ist die schnellst verbreitete technologie wobei natürlich das smartphone durchaus auch ein nachfolger des normalen mobiltelefons ist aber das ist schon eine sehr sehr kurze zeit für 70 prozent verbreitung da dürften die zahlen in europa nicht sehr viel anders aussehen jan vier schien weist daraufhin dass pinterest ist auch alles live recht das pinterest jetzt auch stories ermöglicht diese stories werden im feed ausgespielt und können dann auch wieder in einzelnen pinboards geteilt werden und gespeichert dann habe ich für sie noch zwei videos der woche hansbeter löffler hat hier ein video von ken lee gepostet da geht es um augmented reality möglicherweise könnte es so die zukunft der digitalen unterhaltung aussehen falls natürlich nicht hoffen ihr abteilungsleiter oder boss zu knausrig ist um eine neue kaffeemaschine zu kaufen dann fragen sie ihn doch einfach nach ausreichend heißen sand das war sie da sehen ist nämlich die traditionelle türkische methode um kaffee zuzubereiten und wenn ich das sehe bekomme ich sofort lust auf einen espresso danke für ihre aufmerksamkeit wir sehen uns wieder nächste woche pro moderator proxag und ich sind draußen und wünschen ihnen ein wunderschönes wochenende